In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dankeschön. Als Veganer hast du kein Beschwer, Dein Teller bleibt meistens leer, Die essen nicht einmal ein Huhn oder zwei, Weil dort drinnen hegt es ja ein. Das Zeug um den Gotthard ist ja echt zum Lachen, Ein Tunnel mehr oder weniger, Was soll da schon machen? Schliessli isch de Berg ja wie ne Frau, Es dreht man um nichts und die Tür wie ne Sau. Der Gero sei der Segi froh, Könne er den Finanzdirektor Job jetzt hinter sich lassen. Dabei wär's doch viel einfacher worden mit dem Geld. In Bern schaut ja jetzt der Ueli Für die beste Abrechnung von der Welt. Frühener hätt de Blick, Gern zur Lise Assia, Es brichtli gebraucht, Mit vielen sichtbaren Falten. Ein junger Liebhaber am anderen isch komm und gange bei deren Alten. Et's ex schwerer wurde, Zum einen finden, Wo sie genüsslich begrabscht. Drum isch die Lise et's auf Köln gefahren, Mit der Hoffnung, Dass sie wenigstens dote einbetatscht. Mer leset nu vor. Sogar die Jolanda Spiess-Häcklin Isch schon im Januar Wieder in die Schlagzeile gerutscht. Keine Angst, Isch bei uns kein Thema, Da isch ausgelutscht. Ja, der Sepp Platter wird von der FIFA suspendiert. Er hätt die Vergabe von der WM manipuliert. Neu textet er für den Schweizer Milchverband In your face. Make the world a better place. Die Börse isch mies, Der Euro macht schlapp. In Griechenland wird's für die Regierung knapp. Als Auflockerung hat Helene Fischer dazu Ees Liedli gemacht. Grexit heisst's Und der Refrain Atenlos durch die Nacht. Castingshows sind voll im Trend. Menge zeigen dabei In Ihres Letzten Hemd Stell dir vor, Die Matullo Blocher Bi Bauerledig sucht Den Supergau Die Nation fragt sich Is sie Bauer oder Frau? Brief von Martullo An des Bauers Kuh You dreamer, you? Brief von Bundespräsident Schneider Ammann Äh, ja Den kannst du jedes Jahr bringen Am Bahnhof isch es Riesenchaos Me meint, me wohnet mitten in Laos Auf die Frage, wieso sie in der Mitte angefangen haben, Sagt der Vorarbeiter Blere im Sömmet Das heg, weil die vom Amt vorne und hinten nicht draus kommen Das Schlimmste isch und das isch war Am Marktplatz stoht isch da noch bevor Rundbrief im Amt für Bau und Planung Wer von euch hat eine Ahnung? Antwort ausstehend Beim Kiss and Ride Hinter am Bahnhof Gibt's Zehn Minuten Gratis Parking Es isch ja kein Witz I mein, us Pfaffen Würde's ja grausen Me müsstet assenlang rumschmusen Unter uns Schnitzelbänkler Hetz ja allerhand Gesindel Pfaffen, Vögel, Krokodil und anderes Geschwindel Im normalen Leben sind die meisten doch den Lehrer Nur ein isch fürstappt und sech bisch der Gehrer Damit der iranische Präsident Ruani Beim Rombesuch nicht völlig durchgedrüllt Werden von den Italienern alle nackten Statuen verhüllt Damit der bei uns Bei einem Überraschungsbesuch Nicht den Kopf abhackt Haben die Grünen schonmal vorsorglich alle nackten Schnecken verpackt Ja de Bill, de Bill, de Bill, de Bill Merk, dass seine Frau noch will Wenigmal geht's länger, gell? Schlimm isch, wenn du erst mal morgen lachst Nach der Silvesternacht von Köln Hat man von deutschen Politiker den Rat vernohnt Man soll doch mindestens eine Armlänge Abstand zu suspekten Menschen lassen Das isch vielen Pferrer in der Kirche vollkommen schnurz Schliessli sind die Arme von den Ministranten kurz Nein, nein, Köln hat uns wirklich berührt Das isch ein Sicker-Poente, gell? Aus Sicht von einem unberührten Pfarrer gilt Lieber Silvestern mit den Asylanten Als die Messfeiere mit den Protestanten Brief an die Hofschneiderei des Vatikans Für die nächste Silvesternacht werden die Pfarrersröcke kürzer gemacht Ja, letztens hat man's wieder mal gehört Das mit uns Pferrer sei schon unerhört Mit den Mädchen und Jungen haben wir da was falsch verstanden Himmelhölf In der Bibel heisst es zwölf Jünger Und nicht jünger als zwölf In nomine Patris et fili et spiritus sancti Schönen Abend, merci, ciao miteinander Ciao, ciao Ciao